Mein Name ist Adrian und in diesem Video geht es um die Frage, warum du, wenn du mehr Reichweite für deinen YouTube-Content in diesem Jahr 2023 haben möchtest, nicht auf YouTube-Shorts verzichten solltest. Ich muss ganz ehrlich sein, als YouTube-Shorts rauskamen, war ich davon absolut kein Freund. Ich habe gedacht, Hochformat, das ist auch schon mal aus berufskrankheitlichen Gründen für mich schrecklich, und dann natürlich auch noch 60 Sekunden maximal. Wenn du mich kennst, ich liebe es einfach, wirklich tief in ein Thema reinzugehen, wirklich ausführlich etwas zu erklären, und dementsprechend war YouTube-Shorts für mich absolut kein Thema. Ich habe dann trotzdem in YouTube-Shorts gemacht, um es mal so ein bisschen auszuprobieren, und dann habe ich gemerkt, okay, mein eines YouTube-Shorts hat mir doch schon ziemlich viel gebracht. Und dementsprechend mag ich es gerne, damit man sich nicht so eine feste Meinung von etwas bildet und wirklich da flexibel bleibt im Kopf, dass man sich die Frage stellt, was müsste passieren, dass ich meine Einstellung, meine Blickweise ändere auf dieses Thema? Und das habe ich mich auch gefragt. Was müsste passieren, dass meine Einstellung, dass ich YouTube-Shorts echt nicht geil finde, sich ändert zu, oh, ich mag YouTube-Shorts, ich probiere das mehr aus, ich versuche das zu forcieren? Und da hat sich jetzt in der letzten Zeit einiges geändert. Und in diesem Video möchte ich auf drei Punkte eingehen, die es schon vorher auch gab, warum man YouTube-Shorts machen sollte, als YouTube-Shorts rauskamen, und drei Punkte, die ich für mich jetzt zumindest neu gelernt habe, warum ich sage, wir müssen im Jahr 2023, um eben mehr Wachstum für unseren YouTube-Kanal zu generieren, wirklich einen großen Fokus auch auf das Thema YouTube-Shorts legen. Starten wir mal mit dem ersten Punkt, der, wie gesagt, schon auch seit Längerem einfach bekannt ist. Man kann mit YouTube-Shorts relativ schnell eine große Zielgruppe erreichen. Warum? Weil YouTube-Shorts tendenziell häufiger vorgeschlagen werden und sehr schnell YouTube-Shorts konsumiert werden. Und deshalb im Verhältnis zu dem, wie viel konsumiert wird und wie viel produziert wird, dieses Format einfach spannend ist auf der Plattform YouTube. Das heißt, man kann hiermit relativ schnell eine größere Zielgruppe erreichen. Das zweite Thema ist, man kann es auf unterschiedlichen Plattformen nutzen, dieses Content-Piece. Weil wenn ich 60 Sekunden im Hochformat produziert habe, dann kann ich das auf LinkedIn nutzen, dann kann ich das auf Instagram nutzen, dann kann ich das auf TikTok nutzen. Und das war letztendlich, wir sind immer mehr auch in das Thema LinkedIn reingegangen. Folge mir gerne auch auf LinkedIn, den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich habe gedacht, okay, ja, ich kann da ja auch meine YouTube-Videos posten, in Anführungszeichen. Aber die Länge von unseren YouTube-Videos ist einfach komplett ungeeignet für LinkedIn. Ist komplett ungeeignet für Instagram und erst recht für TikTok. Und dementsprechend hat man, wenn man für YouTube auch Shorts produziert, eben dieses Format von Hochkant unter 60 Sekunden, was eben auch auf anderen Plattformen parallel geschaltet werden kann. Das heißt, ich habe einmal die Arbeit, dieses Content-Piece zu fertigen und kann es dann eben auf mehreren Plattformen ausspielen. Und der dritte Punkt, der für viele Menschen einen Vorteil darstellt, für mich vielleicht sogar ein Nachteil, ist, dass es einfacher ist, YouTube Shorts zu produzieren als Long-Form-Content. Das heißt, es ist leichter, ein 60-sekündiges Video zu produzieren, als ein 15-Minuten, 30-Minuten-Tutorial zu produzieren. Ich denke, das ist soweit klar. Natürlich kann man auch super viel Zeit in ein 60-Sekunden-Short-Video reinstecken, aber tendenziell ist es natürlich so, dass es aufwendiger ist, beispielsweise alleine schon von der Vorbereitung, von der Videoaufzeichnung usw. ein längeres Video aufzuzeichnen. Und dementsprechend ist einfach die Hürde niedriger. Und das kann eben, wie gesagt, für mich auch schlecht sein. Wir haben jetzt auf YouTube eine extreme Qualitätssteigerung gesehen. In den letzten Jahren ist es Wahnsinn, was mittlerweile an Qualität auf YouTube ausgespielt wird. Viele Creator haben ganze Teams im Hintergrund, die sich wirklich darum kümmern, die Qualität der Videos hochzuhalten. Und das sehen wir bei Shorts noch nicht so in diesem Maße. Das heißt für mich, wie gesagt, gegebenenfalls ein Nachteil, weil der Qualitätsstandard, den ich einfacher erfüllen kann, nicht gefordert ist im Vergleich zu der Quantität, die man vielleicht dann einfach mit seinem Smartphone raushauen kann. Weil gerade Shorts mit dem Smartphone zu produzieren, das ist einfach eine Qualität, die in diesem Format absolut akzeptiert wird. Und dementsprechend kann es für viele Leute ein Vorteil sein, dass der Qualitätsstandard und es einfacher ist, zugänglicher ist, YouTube Shorts zu produzieren. Diese drei ersten Argumente, also schneller eine größere Zielgruppe zu erreichen, den Content auch auf anderen Videoplattformen ausspielen zu können und eben eine geringere Einstiegshürde, waren sicherlich für viele schon ausreichende Argumente, mehr YouTube Shorts zu produzieren, als wir das bisher gemacht haben. Wir haben es bisher, wie gesagt, nur angetestet. Aber in diesen Tests habe ich so ein paar Punkte gemerkt, ein paar Vorteile, die ich noch nicht mit auf dem Schirm hatte und was ich jetzt auch mit anderen in der Diskussion gemerkt habe und auch in anderem Content gesehen habe, dass es eben weitere Vorteile gibt. Vorteile, weshalb ich sage, wir werden im nächsten Jahr viel stärker das Thema YouTube Shorts auch ins Visier nehmen. Und das erste neue Argument, was für mich hinzukam, ist, dass YouTube Shorts wirklich auch über einen längeren Zeitraum geklickt werden. Es ist nicht so, wie bei vielen anderen Plattformen, wie beispielsweise LinkedIn, Instagram, dass relativ schnell der Content einfach verflogen ist. Wenn ich jetzt Content produziere, dann wird er vielleicht in der nächsten Woche ausgespielt. Danach nimmt das Thema schon deutlich ab, weil wir einfach dann nicht mehr in dem Feed auftauchen. Und bei YouTube Shorts habe ich das auch so angenommen, aber es ist einfach nicht korrekt. YouTube spielt unser YouTube Short, was jetzt schon wirklich eine ganze Weile, viele, viele Monate online ist, konstant immer und immer weiter aus. Im Gegenteil, am Anfang wurde es tatsächlich weniger ausgespielt, als es aktuell ausgespielt wird. Und das sorgt einfach dafür, dass wir konstant unsere Reichweite vergrößern. Das heißt, unser YouTube Short ist nicht für die nächste Woche und wir müssen gar nicht gucken, dass wir kontinuierlich YouTube Shorts produzieren, sondern YouTube Shorts sorgen einfach dafür, dass wir langfristig Aufmerksamkeit für unseren Kanal bekommen. Und das war für mich ein entscheidendes Argument dafür, in Zukunft mehr YouTube Shorts eben auch zu produzieren. Und der nächste Aspekt ist ein Argument, welches ich vor kurzem noch auf der Liste hatte mit Argumenten gegen YouTube Shorts. Und zwar haben vor kurzem YouTube Shorts noch für total das Chaos gesorgt auf einem YouTube Kanal. Denn die YouTube Shorts sind genauso übrigens, wie die Livestreams, wo es mich auch sehr genervt hat, einfach mitgekommen in den normalen Videostream. Das heißt, man ist auf den YouTube Kanal gegangen, man hat auf Videos geklickt und hier war jetzt das Chaos zwischen Videos, recordeten Livestreams, anstehenden Livestreams, aber natürlich auch YouTube Shorts. Und das hat meiner Meinung nach einfach für den Nutzer kein schönes Nutzungserlebnis geboten. Große YouTube Kanäle sind dann hingegangen und haben einen separaten Shorts Kanal aufgemacht. Da habe ich mich dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, nicht noch einen weiteren Kanal aufmachen. Und außerdem will ich ja mit YouTube Shorts Aufmerksamkeit ziehen für meinen Longform Content. Und dementsprechend hat das für mich keinen Sinn ergeben. Für große YouTube Kanäle hat das vielleicht Sinn ergeben, das irgendwie aufzuteilen. Aber YouTube hat auf jeden Fall gemerkt, dass das nicht die richtige Art und Weise ist, YouTube Shorts eben auf dem Kanal zu repräsentieren. Weshalb sie jetzt einen weiteren Tab hinzugefügt haben und zum Glück haben sie das Ganze auch direkt mit Livestreams gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt auf einen YouTube Kanal komme, ist es eben schön organisiert. Ich habe Videos, ich habe Shorts und ich habe eben auch meine Livestreams. Und das sorgt jetzt bei mir dafür, dass ich eben auch bei meinen Shorts ein bisschen was drin haben möchte. Das heißt, aus meiner Perspektive ist das jetzt ein Argument dafür geworden, dadurch, dass jetzt alles so aufgeräumt ist und man auch auf den Kanal gehen kann, um mal ein paar Shorts von einem Kanal sich anzuschauen, aber eben auch Videos und Livestreams separat voneinander getrennt zu haben. Und das haben sie tatsächlich nicht nur für den Nutzer gemacht, sondern auch für den Produzenten. Denn auf der Seite des YouTube Studios, der YouTube Analytics, habe ich eben auch die Möglichkeit, YouTube Shorts gesondert auszuwerten und damit wirklich auch zu erkennen, wie viel Reichweite hatten denn jetzt meine YouTube Short Videos und das dann auch gegenüberzustellen mit den anderen Video Formaten, wie beispielsweise Videos oder Livestreams. Das letzte und aus meiner Perspektive wirklich schlagende Argument, warum du in Zukunft YouTube Shorts nicht länger ignorieren, nicht länger testen, sondern wirklich für dich nutzen solltest, ist, dass du mit YouTube Shorts neue Zuschauerinnen für deinen YouTube Content gewinnst. Was ich gerne mal anhand von einem Beispiel Short von uns runterbreche. Wir haben 20.000 Abonnenten ungefähr auf dem YouTube Channel. Wir haben 20.000 Klicks ungefähr auf diesem YouTube Short Video. Wenn wir jetzt in die Analytics gehen und wir sehen, dass 95% circa neue Zuschauer quasi sind. Das bedeutet, den Großteil der Personen, denen wir mit YouTube Shorts erreichen, sind eben neue Leute, die wir mit unserem YouTube Short Content auf unseren Kanal ziehen können. Das bedeutet auch, dass wir YouTube Shorts im besten Fall nicht als Behind-the-Scenes-Content oder sowas sehen, sondern wirklich ein YouTube Short ist wie eine kleine Werbeanzeige für deinen YouTube Kanal. Wie eine kostenlose Möglichkeit, Werbeanzeigen für deinen YouTube Kanal zu schicken. Und wir haben wirklich die Möglichkeit, hier neue Personen auf unseren Kanal zu ziehen. Und das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst, als wir dieses Short produziert haben. Deshalb haben wir es darauf auch gar nicht optimiert. Trotzdem haben wir mit diesem YouTube Short circa 100 neue Abonnenten bei 20.000 Klicks bekommen. Und das ist letztendlich was, was ich überhaupt nicht erwartet hatte. Ich ging davon aus, die Leute swipen einfach die Shorts durch. Da ist ihnen egal, wer der Absender ist. Es ist ihnen egal, was die sonst für Content bringen, sondern sie swipen einfach das Zeug durch. Und das ist tatsächlich ja nicht der Fall, denn wir haben ja fast 100 neue Abonnenten über dieses eine YouTube Shorts Video eben hinzugewonnen. Und dementsprechend kann ich es dir absolut nur empfehlen, in Zukunft auch YouTube Shorts für dein Thema zu produzieren, dabei zu sein, vielleicht auch wirklich ein Video pro Tag rauszuhauen, in vielleicht gar nicht der höchsten Qualität, einfach nur, um präsent zu sein. Und letztendlich hast du es ja auch gar nicht so ganz in der Hand, welches YouTube Shorts jetzt das Ding ist, was durch die Decke geht, das Ding ist, was viral geht. Das heißt, da so ein bisschen auf Masse zu gehen und tatsächlich eben auch auf den Schirm zu haben, dass wenn du YouTube Shorts machst, du auch die Wahrscheinlichkeit für dich erhöhst, dass dein anderer Content mehr Sichtbarkeit bekommt. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video hier weiterhelfen. Wenn ja, gib gerne eine positive Bewertung, gerade auch, wenn dich das Thema Shorts weiter interessiert. Wenn du dazu Fragen hast und so weiter, gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!